Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hatte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist und sie dann zugebt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Hoch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will ein Bauernmännchen. Seit wann geht das wieder? Herrgott, das war doch nur ein paar Mal, ich habe sie zufällig im Schröders wieder getroffen. Hast du dir ein bisschen dein Ego polieren lassen? Och, habe ich was bei dir gesagt? Ich habe Mike noch nicht mal die Freundschaft gekündigt, als jeder was zusammen hatte. Mike ist auch nicht halb so alt wie du. Was macht er überhaupt bei dir in der scheiß Galerie? Anstoßen. Mike wird im Herbst euer Teamleiter. Das ist nicht witzig. Er war ganz... Das ist nicht witzig. 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 Untertitelung des ZDF, 2020